Wir schreiten das Kepa-Bohnen zu Schwitzen. Wir lieben Zürich. Schweißwein. Der Gerät ist nächstes Mal bei Youtube. Lurutus Jus. Ich bin der Geschäftsführer. Ich bin der Geschäftsführer vom Alcado Robotsystems GmbH. Wir stellen die vollautomatische Dönerschneideroboter in Ahlen Baden-Württemberg. Unsere erste Lieferung war Hamburg. Der erste Laden nochmal. Adrian Launch Hamburg wurde von der zweiten Generation der Dönerschneideroboter. Adrian Launch ist der erste Besitzer von der Gerät weltweit von der zweiten Generation. So, der Gerät. Die Vorteile der Gerät. Der Gerät ist 365 Tage im Geschäft. Der Gerät hat keine krankheitsbedingten Fehltage. Der Gerät ist 24 Stunden einsatzbereit. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Der Gerät ist auch im Geschäft, wenn der Chef geht. Der Gerät ist einfach zu verletzen. Der Gerät, wer der Gerät besitzt, ist gerettet. Töder Gerät. Der Gerät installiert es uns im Geschäft. Demut ist nochosing den Bewerteten nicht im Geschäft. Umsofern. Kanier ist auch bei Reistungen. Ich bin da drei Jahren. Ich bin Gescherin. Ich bin der 1 meter. So, Bergerich ist erstmal bei YouTube, Lugutus used.